Herzlich willkommen bei uns in der Stiftung Schleife, dieser nächste Samstag, der 30. Oktober, für unsere Gesundheitskonferenz. Wir freuen uns, dass wir sehr qualifizierte Referenten eingeladen haben, zum Beispiel wie Dr. Heinz Lüscher, Anneliese Ockenfuss und Lilo Keller. Wir werden andere auch dabei haben und wir freuen uns, dass Jesus auch auf unser Körper, unser Seel und unser Geist gewichtlich. Das ist nicht nur eine oder die andere, sondern alle drei. Und wir wollen, dass wir in dieser gottlichen Gesundheit leben können. Genau in dieser Saison, wo so viel angegriffen ist, auch mit unserer Gesundheit. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid am Samstag, 30. Oktober, in der Stiftung Schleife. Bis bald! Und wir wollen, dass wir in der Stiftung Schleife haben.